Kibirpasta, das Ding noch von Macon, von Andreas Kremer. Bitten ab mit dabei war es, als Marinos endlich seine letzten Zeilen in sein Computer eintippte, den Feierabend begrüßen konnte. Seit heute Morgen um 8 Uhr hatte er vor der Kiste gesessen und schätzungsweise zehn DIN-A-4 Seiten an Texten für seinen Kunden geschrieben. Ein normales Tagespensum, was für den erfahrenen und promovierten Redakteur denkt, der ein Content-Office-Betrieb keine Herausforderung darstellte und für sein Einkommen sorgte. Gut Leben sah anders aus, denn nur alle zwei Jahre konnte er sich einen Urlaub leisten. Er absichtete Besuch bewusst auf ein Auto. Stattdessen düste er mit seinem Elektro-Roller von A nach B und nutzte ihn vor allem für Großstrecken. Marinos lebte im zweiten Stock, eines modernen Mietshauses in einer unscheinbaren Stadt. Darum zu vor wenigen Wochen hatte seine Spuren hinterlassen. Noch immer standen Ketons voller Klamotten und anderen Kremeskampse rum. Ja, die Strennung von seiner unhehrlichen Ex, Katinka, wickte nach. Tolles Leben, dachte der Mitreißiger laut, als er seinen Rechner runterfuhr und einmal gehnte. Draußen behte ein starker Wind, der die Bäume leicht knarzen und in den Strasiekassen knacken ließ. Mütig schlurfte er in seinen Sneakern von einem von seinem minimalistischen Büro in seinem Wohnzimmer und schaute vom Fenster aus auf den Balkon. Er sah karg und müdlich aus, vor allem wenn Marinos es sich im Sommer aufhängig müdlich machte. Er auf dem Balkon tanzte. Die wirkte er ein wenig unheimlich, da er wegen des prüben, dass im April weder den geraubten Rund loassisch noch die schlichten grünen Plastikstelle aufgestattete. Auf dem Balkon des nubelnden Nachbarhauses, gegenüber, stand noch der Barbecue-Tree. Gestern Abend hatte es die Zianna, die Tochter der Familie, ordentlich zu ihrem passenden Geburtstag bis in die spät in die Nacht mit ihrem Freund krachen lassen. Marinos öffnete den Balkon und ließ den Wind seine Wohnung durchpusten. Endlich verschwand der Mieb der letzten zwei Tage aus seinen vielen Ränden und nahm ein tiefes Zug der frischen, kalten Luft in seinen Jungen auf. Was ein herrlicher Tag. Nur Erregel streckte sich. Außer ihm stand niemand sonst herum draußen auf dem Balkon. Klar, die Uhr hatte erst kurz nach 17 Uhr geschlagen und die meisten seiner Nachbarn noch überabstellter werden. Der sportliche junge Mann schon den Feierabend genoss. Erkannte kaum niemanden. Außer Hallo, Guten Tag, oder Entenvornas. Wie geht's? Kam es bislang zu keiner längeren Konversation. Merkende Leute sieht das. Alle so eigen und immer auf sich selbst bedacht. Schloss Marinos die Tür, als er zu sehr wibberte, sich kurz gelossen sein Rucksack auf den Schloss, aus dem Schlafzimmer packte und zum Fitness in der Schlaupte. Keine 10 Minuten später stand er im Studio. Zog sich um und besuchte seine geliebte Tanzkriegstunde. Trainerin Nadine war einfach der Hammer mit ihren Berufs zu der Tarnal-Kanschmusik. Eine Stunde zu heißen Rhythmen getanz ließ Marinos all seine Sorgen vergessen und vom Alltag abschalten. Er liebte Sumba und hatte vor wenigen Wochen sogar eine Trainerscheinerschaft. Jetzt durfte er selbst das weltweite Vollkassettanzminister-Programm unterrichten. Doch bis dahin stand üben auf dem Plan. In der Zwischenzeit war es dunkel geworden. Die düstere Finsternis schien undurchdringlich. Heftiger Wind paschte ihm auf dem schlecht beleuchteten Heimweg ins Gesicht, der ihn entlang eines Supermarktes füllte. Das Atmen fiel ihm zunehmend schwerer, die schneidigerne Wind wurde und machte einen kleinen Luftsprung, als er endlich vor der Haustelle stand. Er hätte doch lieber seine dicke Winterjücke anziehen sollen. Doch er hasste fette Jacken und bevorzugte T-Shirts, Pullover oder leichte dünne Sportjacken. Mit zitternden Händen holte er den Haustellschlüssel hervor, als er eine Raschel neben sich vernahm. Der frierende Mann schaute in die Richtung, woher das Geräusch kam. Doch zuckte mit den Schultern und rannte in das zweite Stockwerk. Flink den Wohnenschlüssel herausgeholt, die Tür geöffnet und schon spürte er die wohlige Wärme, als er seine Wohnung betrat. Sein Rucksack in die Ecke geknallt, zog es ihn sogleich in seine beengte Küche. Marinis nahm drei Bananen, zwei Kibis, einen Apfel und Heidelbeeren für seinen abendlichen Smoothie aus der Obstschale. Zu kochen verspürte er keinerlei Motivation. Er warf das Obst zusammen mit einer dicken Scheibe scharfen Ingwers, drei Teelöffel-Koksflocken und einen ordentlichen Schuss Zimt in seinen geliebten Hochleistungsmixer. Mit satten Getöse wie ein Düsenflieger rattete der Mixer los. Er kleinerte die Zutaten mit einem Glasfett und Milch zu einem samtigen, feinen Power-Smoothie. Als aktiver YouTuber griff er zu einer Trinktasse mit einem flotten Schriftzug Born to Dance, die zu seinem Merch gehörte und füllte sie mit seinem geschmeidigen, flüssigen Abendmahl. Gemütlich schlenderte er mit der Tasse in der Hand zum hölzernen Wohnzimmertisch. Sein Blick schweifte nach draußen, wo absolute Düsternis herrschte. Plötzlich vernahm er heftiges metallisches Knacken. Geistesgegenwärtig drehte er die Jalousien der Volkantür und die des Fensters herunter. Ein Beben ließ die Tasse auf den Tisch um einigen Zentimeter abheben. Plitsch-platsch schaubte die Hälfte des Inhalts heraus und verteilte sich auf der glatten Oberfläche des Holztisches. Mist, verdammt nochmal! Er rannte zur Küche und packte sich ein feuchtiges Küchenpapier, mit dem er das Desaster aufwischte. Er schaute vom Tisch auf, schrecklich zusammen, als ein greller roter Strahl durch die Schlitze der Jalousie trat und die Wand hinter ihm in allen vier Himmelsrichtungen abtastete. Ein tiefes Fauchen ließ ihn in der Schau da, als wüstigöse Licht verschwand für einen Moment. Verlaubte sich da jemand einen übelen Scherz mit einem Laserbeuter? Er schliffte mit der Tasse, da sein Magen knurrte. Erneut wagte er einen Blick auf das Fenster und sagte voller Ehrfurcht zusammen. Jemand oder etwas Gigantisches hatte sich auf dem Balkon aufgebaut. Beide breitschuldig mit kräftigen Armen und einer stabilen, muskulösen Statur, vermutete er, als er die Silhouette des Dings erblickte. Mit einem Mal hämmerte das Etwas auf die Jalousie ein, was Marinos ein Stück weit von dem Tisch die Tasse halten zu rückweichen ließ. Von Nervosität trank er die Tasse leer und stellte sie zackig auf den Boden ab. Zwarstig getrunken, hustete er, hustete er, rang nach Luft und war nach einer gefühlten Ewigkeit wieder der Oberhand. Dring langsamer. Seine Angst starr auf das Fenster und Balkon verweilend. Das Helmand ging um gut weiter. Mit jedem Schlag gab die Jalousie, die aus soliden, grauen Kunsthoffbestand, mir nach. Wieso reagierte keiner der Nachbarn? Das Ding faute mit jedem Fausschlag und ließ eine große Beule in der Jalousie des Balkonfensters einstehen. Auf einmal erzitterte die Jalousie und zerriss in zwei. Marinos Weg zurück, drehte sich in Zeitlupe um und rannte schnell in den Flur. Als auf einmal das Licht zu flackern begann und schließlich völlig erlascht Dunkelheit. Ali, er stieß die Tür hinter sich zu, die sogleich aus der Hand geschlossen wurde, kaum dass sie geschlossen war. Ein fauliger, ekelhafter Gestank kroch in seine Nase. Als er das Glitschiges auf seinen Nacken spürte und nach Luft rang. Im Augewinkel vernahm eine ekelhafte, gespartene Zunge, die wie die einer Schlange, die aus geflitschten, spitzen Zähnen herausgestellt war. Der Gruch raubte ihn fast im Atem, rief die Wunschste auf und rannte die Treppe hinunter. Als die Hölle um ihn herum losbrach, im Treppenhaus empfing ihn das finstere Nichts. Als er sofort durch Grünes und Grünes verleserlich und vorbeizuschelnde Stuge unterbrochen wurde. »Rennen Sie weiter zu Haustür!« »Selden!« »Wir retten Sie!« »Sie sind der Letzte!« »Laufen Sie!« Er nahm eine kräftige Männestimme in seine Richtung. Schnell Marinos, ihm konnte düster zu Hause stehen runter, öffnete sie und rannte in die Arme eines vermummten, schwer bewaffneten, maskierten Soldaten, der eine Atemmaske trug. Marinos wich zurück, rang nach Luft, als er einen Atemzug machte und ein orangeer Nebelschwaden umherwabern erblickte. Also nichts außer Nebel, als ihm der Mann eine Atemmaske überzog und hart am Arm packte. Hinter sich vernahm ein markerschüttenes Kreischen, als die Gugel und das Ding, welches ihn verfolgt hatte, trafen und sein Leben aushauchten. In einem schwarzen Leichensack trugen Soldaten das Wesen davon. Marinos erschrak, als er in ein furchtbar ein stilles Gesicht schaute. Sein Körper birgte echsenartig schleimig übel riechend und seine mit langen spitzen Kragen bewährten Hände bedrohlich. Die Schlangenzunge hatte sich widerlich gekräuselt. »Sie sind in Sicherheit. Tut uns leid, dass wir nicht eher kommen konnten. Wir sind unterwegs aufgeraten worden. Ein außerirdisches Berklärung hat jeden zweiten Menschen in dieser Stadt in der Fleischfressen des Riesmus verwandelt. Wir bringen sie in die Evakuierungszone weit außerhalb der Stadt, erklärte der Soldat ihm knapp. »Sarjant Leser, begleiten Sie Marinos Koper zum Helikopter. Wir jagen die verdammte Stadt in die Luft. Sie haben die Befehle.« Fall der Soldat, der sich nun als Befehlshammer herausstellte, in einem sehr untergegebenen. Irritiert kletterte Marinos mit beiden in den Helikopter. Der Transportrufschrauber von Typ Chinook hob ab. »Sie wollen meine Heimstatt zerstören? Warum?« »Wir haben Gläscherwil hermetisch aufgekriegelt. Alle Zugänge bereits gesprengt oder gesperrt. In zwei Minuten wird ein TR-3B-Tarnkappenjäger die Stadt mit einer Kobaltbombe von einer Landkarte tilgen. Tut mir leid, doch wir müssen die Invasion aufhalten, die hier ihren Anfang nahm. Wir konnten ein Viertel aller Bewohner retten.« Versuchte Gläser eben die Lage in ruhiger Tonlage deutlich zu machen. Plötzlich vernahm Marinos ein pulsierendes Geräusch. »Hey Kleiner, keine Sorge, die TR-3 ist gerade mit ihrem Impulswerk über uns hinweggenommen.« »Gleich war das Bumm«, sprach ein Dürger-Soldat, schmalzend Grinset, der mit seinen Händen eine Tumpel formte. »Officer Macbier, Pete, bitte bewahren Sie gerade hinaus, wie wir uns nicht wissen.« rief Gläser seinen Kollegen zur Ordnung. In diesem Moment schüttelte die Schockwelle den Helikopter leicht durch. Marinos drehte sich zur Seite und sah durch eines der Bull-Augen des Chinook, wie er seine Stadt in einem kleinen Lichtblitz vom Anschlitz der Erde verschwand. Ja, Leute, das war mein erster Gliedpaster, die ich jetzt vertont habe. Und ich hoffe, sie gefällt euch. Und falls ihr hat am Hoch, falls ihr hat am Runter. Über ehrlich Kritik bin ich ganz dankbar, auch mit konstruktive Kritik. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Gliedpaster, euer Andrea.